Dittittittah, hin bitte! So. So. Hier gibt es nichts mehr, dämlichen Blumen brauchen wir nicht. Irgendwie kriegt man das schon hin. So, 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 genau. Was brauchte ich jetzt dafür? Das kriege ich easy peasy hin. Die kriege ich auch easy peasy hin. Da, und das müssten wir hier nicht mehr haben. Dann machen wir das so und so. Dann heben wir das hier wieder auf. Das kommt auf die zweite Etage. Genau an der Linie. Ach, mein Ding ist kaputt. So, Darko. Kannst den nächsten Baum pflanzen. Ich weiß sowieso nicht, ab welcher Höhe oder Größe die fertig sind. Der sieht doch irgendwie reif aus, oder? Mal testen. So, der ist fertig. What the fuck? Ich habe vier Mangos aus dem gekriegt. Ich würde sagen, lohnt sich. Mankopflanze. So. Und noch einigermaßen Holz? Äh, ja nicht wirklich viel. Vielleicht vier, fünf Bretter. Ja, na gut. Ich habe nur so besser als Frau Nix. Äh, hier muss dann gewässert werden. Ja, ich bin... Der kommt schon wieder so angeschwommen. Ne, doch nicht. Äh... Ich lass mal was. Ich esse jetzt das ganze Ruhezeug, ey. Damit ich überhaupt was hab' hier. Hebrat doch endlich! Ey! Die ganze Kiste ist voll fertiges Essen. Eigentlich. Die komplette Kiste. Aber ganz ehrlich, warum soll ich eine Rübe braten, oder... Ähm... Weil es ihnen mehr Hunger bringt. Da hast du drauf geschissen. Da hast du drauf geschissen. Da hast du bei mir drauf geschissen. Ähm... Was ist das? Fenster. Tür. Hä? Achso. Ah! 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 Ich... Fick dich! Ich brauche Nägel für die Tür. Haben wir genug eigentlich. Also Schrott haben wir eigentlich genug. Ich brauche Holz für die Tür. Ja da. Alter, ey. Leck mich fett. Es schwimmt hier nicht noch. Irgendwo ein Holz rum. Ein einziges Holz. Holzi. Scheiß drauf. Das war mir so arschklar, dass der mir die nächsten 10 abknabbert. Wow, die springen vorbei. Ha, sieht doch nice aus, oder? Mit der Tür hier zum Baum. Das war jetzt die Tür, oder? Ja. Ey, die quietscht sogar. Ja. So. Dann, was ist das? Leere Flasche, brauchen wir mal wieder glibberi dipsch. Oh, ich wollte schon sagen, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Ey, boah. Kann es sein, dass die sowieso zu lang sind zur Zeit? Nö, ich drücke. Also, es kommt dir nur so vor, weil ich immer so nach 30, 20, 30 Minuten beende und einfach gleich vorzuzahlen. Ich sage einfach gar nichts dazu. Ach so. Du, damals mit Tyrox, wo wir Aion zusammengezockt haben, ging das auch so. Ich habe großartig nicht viel gesagt. Ich habe einfach immer nur... Kommst du noch eine Runde mit tauchen? Ähm... Hier ist nämlich noch ziemlich viel. Ja, ich muss nur vorher noch was trinken. Ähm... Wenn hier Holz da sein würde. Ne, äh, wo wir da Aion gezockt haben, da habe ich auch nie eine Up-Mod oder eine Un-Mod gemacht. Einfach so drauf los. Man muss ja auch nicht immer an- und abmoderieren. Ne. Und ich dachte, du machst so 40, 50 Minuten folgen gerade. Ne, 30, 32 Minuten bloß. Ende und Anfang wird ja eh weggecuttet. Ja, du bist angeknabbert worden, oder? Ja, da unten ist eine richtig coole Unterwasser-Höhle. Äh, Sauerstoff! Boah. Ich muss was trinken, es geht nicht anders. Ey, das ist gleich weg bei mir. Au. Jetzt auch noch... Ach, ne, Eisen kommt ja woanders rein. Äh... Ähm... Ich glaube, du kannst die Palme schon ernten. Die geht ziemlich schnell, glaube ich. Ja, ich... Oder? Versuch gleich. Ich muss erstmal schnell hier was. Das. Das. Und ein Eisenerz. Ne, die geht noch nicht. Okay. Die Palme. Und die braucht auch noch. Ja, braucht die. Also mal ganz ehrlich, äh... Was haben wir noch für Samen? Palm, Wassermelone, Mangosamen. Also machen wir immer eh ne... Ich empfehle das noch. Machen wir immer eh ne Palme, eh ne Mango. Weil bei Mango, wenn du da echt zu viele rauskriegst... Im Übrigen, komm mal her hier. Die geben halt auch gut was. Ja, ich weiß. Dann ging es einfach nur darum, dass wir ein bisschen Holz immer hin und her kriegen. Ja, aber Holz hab ich gar nichts mehr. Das ist was. Ich brauch's halt dauerhaft hier um die Sachen, so wie Trinkwasser und sonst. Ich hab auch kein Holz mehr. Da lege ich halt auch immer wieder nach. Ja. Damit kannst du ja auch rechnen. Jeder, ähm, Eisenbarren, der hier drin ist, braucht fünf Holz. Läuft. Also, ich hab hier elf Eisenbahnen, also 55 Holzstamm verbraucht. Ja, aber du musst da unten gleich alles auf ehemal brennen, oder? Weil... Tue ich auch nicht, aber ich mach's die ganze Zeit immer so nebenbei. Ich kann aber schon mal... Ach, das geht ja so. Ach, das ist auch nicht gut. Dafür brauchst du auch wieder Metall. Ich hätte jetzt gesagt, wenn man aus dem Metall Schrott... Ähm, auch Bolzen herstellen kann, dass man da mal ein paar aufs Vorrat macht. Ähm, könnten wir erstmal weiter, weil ich brauch Holz, um das hier weiter zu befeuern. Und ohne Holz haben wir jetzt das Problem... Ja, ja, immer mit der Räume. Ich muss grad mal ein totes Vieh hier und so. Ähm... Na dann, äh, tust du Ankerlichten, dann tue ich ein bisschen zur Seite machen. Ich... Äh, das war der Falsche. Was ist denn bei anderen? Ach, da. Ja. Reicht schon. Ey, ich will das Plastik auch klein mitnehmen. Holz, kommt zu mir, mein schönes, bestes Holz. Eine Sache, die ich mir jetzt erstmal machen werde, ist... Ich mach mir auch eine Axt, weil ich ja jetzt ziemlich viel mit Holz zu tun haben werde. Ja, das Lustige ist, die Holzwände kannst du auch, ähm, mit der Axt wieder abbauen. Ach so, ich hab... Doch, das geht. Nichts zu sehen. Ah, hier ist der Darko hat kein Holz. Na, ich brauch auch 4 Stück. Ah, ich brauch auch 4 Stück. für meine wände du und ein was in der letzten folge hast du gesagt bau doch endlich mal in die höhe jetzt will ich in die höhe bau nicht darf ich nicht weil der herr dachten dass wir kein holz dass wir gerade zum überleben erst mal ein bisschen holz brauchen denn da musste ich jetzt entscheidend ich baue in die höhe oder ich lass es sein ich hab keinen haken dein netz hat gleich ab man muss sich da schon mal entscheiden klar soll es in die höhe gehen ist auch sinnvoll weil wir können ja nicht ewig lange in die breite machen aber was ist wenn wir einfach nicht verdurste schon wieder aber irgendwann geht es halt gerade einfach nicht mehr so ich wollte mir jetzt erst mal das hier hier war einmal so was brauchst du hast du gesagt du hast gesagt du hast kein haken mehr diese brauchst du mir auf dann das war meiner ich lege den jetzt hier mit rein ich brauche den nicht ach so das netz zwei nägel seil und holz wirklichuss wie haben wir gerade alles gleichzeitig ich brauche noch ein holz ich auch gut da ist ein baum dort ich hab's gerade auch nicht so eilig auf die insel netze haben wir auch wieder das könnte ich noch eben so ein deal bauen oder das da braucht zwei holz und seile entleckt doch am arsch ja das nicht mal weit auswerfen ach so du erntest eine normale palme gibt logischerweise kokosnüsse ja ist doch wie im karibikurlaub palme gleich kokosnuss ja weil ich ja vorher gesagt habe wir brauchen vielleicht noch kokosnusssamen so sei le so sei le hallo was ist gerade hier los warum wegen dem vielzeug ja und warum du auch schon wieder baden gehst frag nicht einfach nicht hin da ist kein wasser drin ich habe es gerade irgendwann verbraucht ich bin dabei es aufzufüllen ich habe gerade etwas reingemacht naja gut so gut nein das war schitte schnitte jetzt brauche ich das seil leck mich doch auf holz und seile aber es war schon lange kein redschneider mhm ok her komm grünzeug dich krieg ich noch und dich da hinten krieg ich auch noch dich krieg ich auch ja hier muss ich das wieder hin leck mich doch mhm mhm richtig gewässert mhm 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 Komm Wasser, werd fertig. Wir müssen unbedingt die zwei Kleenkisten wegmachen und dort nochmal ein Zwickroße hinsetzen. In Ene das Essen und die Samen reinmachen, in die anderen Holz und so was und die ganzen Steine. Ja. Weil das nimmt grad ganz schön viel weg. Allein, die ganze Kiste reicht allein schon für die Steine. Jedenfalls zu kleine, so viele wie wir davon haben. So, da ist offen, da ist offen. Sehr schön. Was braucht man für eine große Kiste? Ich glaub ein Scharnier, was nicht so das Problem wäre. Holz braucht man da auch wieder. Ja gut, Holz ist irgendwie überall verteilt. Ich brauch sechs Holz und ein Scharnier halt. Kommst du da hin? Joa. Jupp. Möwe. Kannst du gucken? Ich bin am Angeln. Also hier. Dieser war ein Beet. Am richtigen Beet. Geht doch. Deswegen sollte ich da hin. Ey, hallo? Ey, leck mich doch, ey. Ey, was machst du schon wieder da? So, jetzt bist sie tot. Wieso geht ihr nicht mehr an die Scheiß-Mobisch-Scheini hieran? weil ich das zeug jetzt so looten gehe wenn du den kanker ich werfe will anka auswerfen das erstes macht anka 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 naja wegen den scheiß fässern egal egal ich habe doch kein anker wegen fässern geworfen ja diese scheiß haken dings sieht für mich aus wie ein anka ach so das meinst du was glaubst du warum wie es mir die letzten fünf folgen ging ja warum sagst du dann da kommen fässer wenn ich nicht mal dazu komme eins ranzuholen weil ich dachte du warst gerade dabei dich zu der möwe umzudrehen ich habe doch gesagt ich werfe gerade aus und da hattest du aber egal ich brauche holz ich verdurste schon wieder jetzt wird schneller ich brauche 16 13 holz brauche ich ach du katastrophe ist das schon wieder groß muss er drücken wo ist der das mit dem zaun ist schön aber nicht glaube ich die beste idee das ist nur damit wir da nicht runter plumpsen ja aber wie sollen wir dann wieder wegkriegen bauen wir noch mal ne dings drum rum sei das mir jetzt egal das passt noch holz im netz ist eins habe ich gerade gesehen beim beigehen da hinten wäre ein raft gewesen was da hinten in die richtung da wäre ein raft gewesen cool also ich baue das jetzt schon mal wieder ab wir wollten vielleicht in der einzelne kiste nur für unseren abgebauten zeug kram ja ich bin ja schon dabei was du die machst du ja okay was ich möchte auch gucken wo ich den ganzen scheiß dann platziere wir möchten das ja schon so platzieren dass es ordentlich aussieht die öfen kannst du das ist sehr gut da ist das gerade ein bisschen holz das schadet nicht eine güte drehen 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 da ist die öffnung setzen wir den da hin scheiße jetzt habe ich schon mal und es müsste ungefähr dann so sein hier fehlt eine kiste ja ja irgendwann mit ruhe ich bin ich noch nicht so schnell ich brauche gerade den rohen fisch da aus ich verhunger gar nicht darum ach so nur den fischer verdroppen ich bin halt auch gerade so gut dabei hier wenn man jetzt schon so eine ordnung haben dann möchten wir das doch ordentlich machen die letzten paar minuten hier kommt man ran das ist sehr gut zwei holz drei holz was ist besser zwei holz verballern oder drei holz im insel eike die holen wir uns aber schnell unterbricht kurz weil da oben sind sehe ich schon allein hier zwei bäume ja zwei bäume hast du ja moment moment da ist die insel weg der ist schon lange weg wo ist er denn rechts von uns da ist die insel das paddel ist grey bro kann ich dir sagen und der heil ich war noch nicht mehr ansatzweise dort fehlt wieder sechs stück so paddel ist broke ich kann auch kein zerschen weil immer holz fällt wir haben hier in der kiste noch eins hier in der kiste ja ja das wird knapp diese palme ist ausgewachsen wieso kann ich die nicht abwerfen jetzt sag bescheid wenn ich anker kann kann es sein dass du die ganzen damen und alles anwesend hast ja weil ich die kiste abgebaut habe die kriegen ja jetzt alle gleich jahren gesonderten platz gut also bleibt gerade er liegt alles weil das bett ist dort leer das bett ist dort leer ja ich war ein besagte dort kannst du ein bisschen angeln für fischküte da kommst du mal hier hoch hier ist eine kiste ich habe halt nur noch zwei slot 2 das bringt mir nicht viel ich weiß nicht ob der schmarrn hier die spawnt irgendwann ich bin es auch ich 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 So, Ich stand auf meinem Boot und der Heim hat mich erwischt. Ja, klar. Ich hab den gerade ein paar Mal gehauen. Der Daumen ist aber scheiße ausgerastet. Dein Grill kommt dann auch hierher um die Ecke. Jetzt muss ich mal gucken. Das 2 Holz 3, 2 Holz 2. Nein! Nicht Dulli. Wieso landet der nicht mal auf der Vogelscheuche, diese Böse? Die Vogelscheuche kaputt. Bestimmt. Ja doch, da war doch sonst immer irgendwas auf dem Hut drauf. Wenn du hier fertig bist, baust du den Grill dort bitte ab und pflanzt ihn hier hin. Achso, ja, hab ich gerade leider gestartet. Ja, hier neben der Kiste kannst du nämlich dann den Fisch reinschmeißen und alles. Und ich hab dort auch die Samen reingeschmissen. Und hier kann allgemein das Essen alles rein. Oh, verpiss dich. So. Der ist tot und geht und Hä? Der ist nicht tot Speed, der ist auf Speed Der war gerade übelst schnell Ey komm, Schwimmer darfst du mich gerne noch beißen Du elendiger Komm, komm, komm Wo ist er? Wo ist er? Da unten Komm Jetzt hat der wieder ein Netzbroke gemacht Wo soll der Grill jetzt nochmal hin? Hier neben die Kiste, hier auf die Stelle So Ich brauche Holz, hast du noch zwei Holz, damit ich das Netz wieder, oder? Warte Ähm, ja hier Warte Du brauchst ein Holz Irgendwo schwimmt noch ein zweites Holz rum Ey, der hat das Netz dort wieder kaputt gemacht Der kleine Huso Ähm, seh ich das hier jetzt gerade ernsthaft? Richtig? Was ist denn das? Lol Man kann sich ein Haus bauen auf einer Insel Es gibt erhöhte Boden Fundamentrüstung Hä, Fundamentrüstung? Das ist alles fürs Los, Alk Ernsthaft? Ey, aber Ja Warum sollte das denn insel sein? Äh, ich glaube Das hält dann sogar mehr aus, oder? Guck mal hier Da ist ein Metall drum Das hält mehr aus, ja Zwei Nägel, ein Eisen Braucht man dafür Ach du Scheiße Also damit können wir nicht das ganze Fluss verbrauchen Äh, Wasser? Wasser? Ja Weil hier passt eine Menge rein Oh, ich habe Hunger Übrigens, ähm, bitte nicht das Dingsbums nehmen Das Erhobst Ich will dann mal probieren Dieses Rezept zu machen Aber mir fehlen ja diese komischen Bären dazu Ach, und übrigens, Ike Das nächste Mal bitte das Gemüse aufbewahren Du hast ja ein Rezept für Gemüsesuppe Was für ein Gemüse, bitteschön Ich habe noch, achso, Kartoffeln und sowas Ja, ich habe Kartoffeln hier oben 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 Ja, wir haben schon am Weg gegeben Ich glaube Ich brauche schon wieder 8 Holz Ähm Jetzt haben wir das Problem Hat die irgendwie hier eigentlich Rohstoffe? Keine Ahnung Ähm, bitte nicht einsammeln, was ich jetzt hier rauswerfe Das ist nur die Flaschenpost und die hessische Katze Äh Braucht man nicht, ganz ehrlich Die ist nicht hässlich, aber es ist einfach nur Kultur und Deko Meinst du, so eine normale Kiste reicht aus für die Erze? Und die Rohstoffe? Glaube ich nicht Das ist ja so viel verschiedenes Sand, Lehm, Schrott, Eisen, Roheisen, Kupfer Ich wüsste jetzt auch nicht auf die Schnelle, wo ich die Äh Ey, ich habe jetzt das Köder ausgelegt, du bist schiss Nein Ich wüsste jetzt halt auch nicht, wo ich so eine Kiste hinsetzen sollte Ich setze jetzt neben den Grill nochmal eine Da können wir ja die Rezepte reinschmeißen Ja, zum Beispiel für die Rezepte würde ja eine kleine reichen Ja, aber wir haben halt auch die Blueprints und ich will halt die Erzkiste irgendwo bei den Öfen haben Das Problem ist aber, wenn ich die zwischen die Öfen stelle, ich weiß nicht, ob wir noch an den Anker kommen Hm, ich weiß, was du meinst Ja, nicht nur sagt keiner auch Aber wir können es ja dann mal testen Ich werde jetzt die Folge erstmal Äh, erst trinke ich noch was und dann beende ich die Folge So Ja, das geht ja Ja, das geht ja Ja, das geht ja